So, Szene. Und die Kamera hier mal so. Wir sollten das mal streamen, Alter. Das machen wir doch gerade. Am Ende des Königreiches nahe der Astralakademie führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Die Zeit war gekommen. Die Facecam sollte jetzt wieder richtig sein. So. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. So, weißt du doch, wie du dich bewegst? W-A-S-D. W-A-S-D. Und mit der rechten Maustaste kannst du dich hier so langkangeln. Und mit, äh, ähm, ja, mit W. Ich finde das irgendwie blöd mit W. Ich will das lieber auf Space haben, das Springen. Irgendwie komisch, oder? Hä? Ich habe Springen auf Space. Oha. Story für ein Spiel, das echt keine braucht. Ach, ich weiß nicht. Ich finde die Story eigentlich ganz nett. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, achso, ich muss ja hier mit Space... Warte mal, hier ist noch, hier ist noch ein Ding, das müssen wir noch aufsammeln. Hör mal. Du gehst hier einfach weiter, ohne dich um die Goodies zu kümmern. Das sind doch Erfahrungen. So. Wieso du holst sie doch immer? Da hängen wir wie so zwei Vögel, ne? Oh, man kann aber, man kann aber ganz schön steil gehen. Ja. Ich finde die Dieben ja fast auch... Eigentlich die coolste, ne? Ja. So. Oh, aber das geht nicht anders. Warte mal, hier können wir, glaube ich, aber sowas machen. Zack. Oh. Aber wie kommen wir da hoch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da war ich jetzt zu vorschnell. Trine und Trine 2 sind so wundervolle Spiele. Das finde ich auch und das finden wir auch. Wir haben ja das zweite, wie gesagt, durchgespielt. Das erste nie. Deshalb ist das jetzt eigentlich ganz okay. Schreib doch mal ganz kurz, bitte. Lächelte die Dieben an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Schreib doch mal ganz kurz. Also, schreib doch mal ganz kurz in den Chat, ob das eine gute Idee ist, dass wir das immer mal wieder jetzt ein bisschen anspielen. Und vielleicht so ein Live-Let's-Play-together machen. Das wäre doch gut. Finde ich auch gut. Ja. Mit Facecam. Als die Dieben den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Dieben würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Erinnert mich an Assassin's Creed in 2D. Es gibt tatsächlich einige, die das noch nicht kennen. Von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Kann man eigentlich sterben? Bei meinem Hut, ich muss entkommen. In dem Moment, er hatte die Sterne studiert, natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Beinahe. Also, jetzt mal für die Leute, die das vielleicht tatsächlich noch nicht kennen. Dieses Spiel hat drei Charaktere. Zwei davon haben wir jetzt schon kennengelernt, nämlich die Dieben und diesen Zauberer. Alle haben natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. So ein bisschen wie, wenn die Leute das noch kennen, Vikings, was auch ein sehr geiles Spiel war früher. Auf dem SNES. Genau, und wir haben also mit dem Zauberer hier die Möglichkeit, tote Gegenstände hin und her zu werfen. Und wir haben auch die Möglichkeit, mit einem Zauberspruch hier solche Kisten auch entstehen zu lassen. Damit kommen wir natürlich über an irgendwelche Bereiche, die wir vielleicht sonst nicht erreichen würden. Und ziehen kannst du die Sachen. Genau. Ich baue mal dem Ossl hier so eine Mauer hin, damit er nicht durchkommt. Ja, ich auch. Ich bin West-Berlin, Alter. Alter, ich bin stärker als du. Ich disse dich mehr. Geh mal nach unten. Stell dich. Der Kisten-Aberlounge. Wollen wir uns mal um eine Kiste kappeln? Mal gucken, was dann passiert. Komm, wir nehmen die hier mal. Die, die ich gerade halte. Wo bist du denn überhaupt? So, jetzt habe ich sie. Bock. 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 Hey, hör auf. Bonken. So. Also. Also, man konnte die aber auch kaputt machen wieder. Wie ging das nun? Ah ja. Mit Kuh. Ruppies Bart. Okay. Ach scheiße, nicht die Armee des Todes. Sondern die schreckliche Armee des Todes. Okay. Ähm, also ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, wo das mit den Spielen gesagt wurde im Chat. Da muss ich nochmal ganz kurz hinscrollen. Klasse Idee. Ich finde das prima. Nice Idee. Tolles Spiel. Ja, die Idee ist super. Ja, sehr gut. Gut, jo, geile Idee. Also, äh, dann sollte das wohl angenommen sein. Finde ich gut. Das ist ja hervorragend. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ich hatte nämlich Angst, dass ich das nie mit dir zusammen spielen kann. Dieses Spiel. Ja. So, wir müssen aber hier hin. Du bist es dir klar, ne? Wo wir hin müssen. Den Kuhbisi, aber hier oben habe ich noch so ein, äh, nein. Da oben ist doch noch ein, äh, Dingus. Guti. Ist das ein Guti? Und die Gutis, die kann man, ah doch. Die, doch. Sehr gut. Hab ich so gekriegt. Diese grünen Flaschen, die sind für spätere Fähigkeiten. Kann man hier dann verwenden. Jetzt erst mal wollen wir unsere drei Helden zusammenführen. Denn einer fehlt ja noch, wie wir alle wissen. Ey. Hey, hey, hey. Oh. Au. Oh, schade. Der Fettsack fehlt noch. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Dieben und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Jawohl. Der Ritter. Der dicke Herr Ritter. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, den Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs weit zu bringen. Du kannst den Schäden nehmen? Unter uns. Er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Achtung. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Hä? Wie hat er das gemacht? Einfach kaputt gehauen. Also dieser Ritter hier, der ist natürlich so der stärkste von allen. Der kann ziemlich viel kaputt machen. Aber auch der holste. Ja, der holste auch so ein bisschen. Aber er hat auch ein Schild, den er zum Beispiel als eine mögliche Stufe für andere verwenden kann. Und auch Schutz darstellt. Guck mal, aber du kannst noch mehr machen. Guck mal, du kannst damit, ich kann dich jetzt zum Beispiel damit abballern. Nee, kannst du nicht. Doch, guck doch. Ja, ja, das weiß ich. Aber du hast gerade oben das Seil durchtrennt und damit haben wir das Kodi bekommen. Der Ritter sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Hä, die sind auch jetzt da. Guck mal. War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg. Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden ein. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären, aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Ah, Entschuldigung, jetzt bin ich fast eingeglaubt. Es ist ihre Schuld. Wir müssen sie in Zerwahrung nehmen. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hast du ein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe? Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gütenstand der Trine. Das ist wieder hier mit 1, 2, 3. Ne, warte mal. Also durchscrollen, fände ich jetzt besser. Kann man das... Die Dieben schwiegen. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Langen. Was denn? Die Tastaturbelegung. Bestimmt sogar. Das ist eine tolle Maus. So, also ich bin schon mal weitergegangen. Ach so, ja. Und kenne ich hier so ein bisschen gegen Skelette schon. Denn es gibt auch Gegner natürlich hier. Und mit der Dieben können wir auch Pfeile verschießen. Das ist am Anfang jetzt so ein bisschen... Das ist später nicht weniger. So, die ersten Skelette sind weg. Also die Musik ist voll schön und die Stimme klingt toll. Das stimmt. Huch, das ist hier gerade. Uah, was geht das hier? Was denn? Ja, ich hänge am ersten Rätsel schon fest. Willst du die Dieben haben, oder was? Nee, mit dem Zauber. Ey, komm. So. Da bin ich. Sehr gut. Jemand hat geschrieben Lost Vikings. Ja, natürlich. Genau das meinte ich, das Spiel. Das hat was von Lost Vikings. Denn wir sind auch drei Leute. Und wir können jetzt mit eins, zwei oder drei jederzeit die Charakter wechseln. Man kann das auch zu dritt spielen, tatsächlich, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, was wir mit dieser Kiste machen sollen. Ob die aufzu... Ist die aufzumachen? Nö. Plonk. Oh, das sah gut aus. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die da mitnehmen sollen. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich habe das auch gespielt hier, dieses Spiel. Alleine. Und es ist wirklich ein tolles Game. Uah, was ist denn hier los? Nix da. Ich bin fort mit dir, du dreckiges Skelett. Die sehen einfach toll aus, auch die Skelette. Und es ist halt einfach sehr schön designt, das ganze Spiel. Animationen. Ach, hier drüben ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Sehr gut, du hast das Skelett weggemacht. Ja. Jawohl. Speicherpunkte sind natürlich hier auch sehr wichtig, tatsächlich. Spaß muss sein. Natürlich. Natürlich muss Spaß sein. Oh. So, was ist mit dir los? Wo bist du? Ich bin da unten und habe noch ein Goodie geholt. Oh, sehr gut. Ich müsste mal hierher kommen und das Ding hier bedienen, weil das kann ich nicht. Ach so, ich kann ja auch die Zaumreiher geben. Nein, nein, ja doch. Nein, nein, ja doch, nein. Au, ah, scheiße. Ich werde wahnsinnig. So. Kann ich auch so placken, kann ich noch nicht. Willst du die Diebin haben? Die kannst du nehmen. Äh, ich muss erstmal auswendig lernen, welche... 1, 2 und 3. So, ich kann jetzt hier mit dem Zauberer nämlich das Ding hier rüberschieben. Juhu. So. Ach so, aber hier das Ding brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Naja, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wofür das ist. So. Ach, wo bin ich da nur reingeraten? Wir müssen nun nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um die Magie zu widerrufen. Oh, krass. Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht die Antwort. Es ist nicht weit entfernt. Nehmen wir den Ritter zur Not. Ah, kriegst du hin. Stimmt. So, wir müssen auch nach da oben hin. Da ist ein Geschenk, siehst du das? Geschenke. Aber das ist neu, das habe ich noch nie gesehen. Das Geschenk? Ja, das habe ich noch nie gesehen. Oh, was war das? Was hast du bekommen? Äh, äh, geheim, Wintergeheim, was, ich habe es nicht gelesen. Wintergeheim, das kann das sein? Das war zu schnell weg, ich konnte es nicht lesen. Ey, du musst dir mal die Diebin geben, sonst komme ich da nicht rüber. Please. Bitte mit Sahne. Äh, und Schoko obendrauf. Uah. So. Da muss, da muss die Diebin hin. Nein! Uah. Nicht sterben. Nicht sterbseln. So, ich sammle hier oben einmal ganz kurz auf. Habe ich alles? Ich komme mit dem... Oh, fucking. Fucking hell. Oder was? Du kannst da dir die Kisten reinstellen in die Dornen. Ja, ja. Ist dir klar? Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, auch immer nicht. Oh, na, großartig. Ich mach sie weg, ich mach sie weg, ich rette dich. Ich rette dich. Ach so, aber lass... Warte. Ah, nee, da kommt noch mehr. Ich rette dich, ich rette dich. Oh. Der ist so geil, der Ritter. Also es ist sehr, sehr flüssig, es ist sehr, sehr schön zu spielen. Und ich glaube, das ist echt inzwischen sowas von günstig. Nimm die Diebin und mach ihn weg. Oder ich nehm die Diebin. Jawoll. Also ich hab natürlich trotzdem voll was abgekriegt. Ich bin trotzdem mir reingefallen. Ach so, es geht übrigens beides. Oh, hier oben. Wie meinst du, es geht beides? Mit W springen und mit Leertaste. Aber vielleicht hab ich das auch schon so eingestellt gehabt. Nee, 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 nee. Das stimmt. Hast du richtig gern. Blau, 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 büt der Enzian. So. Jetzt reden sie im Chat über Metal. Juhu. Guck mal, ich kann die verklemmen. Hey, du, du musst den doch abschießen hier, den Typen. Wieso? Ich kann denen doch auch was auf den Kopf schmeißen. Warte, da kommt noch was. Oh. Das ist so schön, weil das ist so, das ist so die, die, so, so gute Laune Fantasy ist das hier. Oder? Könnt man so sagen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Kannst du dich an unser Hunted Let's Play erinnern? Ja. Let's Play Together. Ja. Da haben wir ja auch so ähnlich gespielt. Moment, Hunted oder Sir, you are being hunted? Nee, Hunted. Hunted the Demon Forge. Haben wir das mit dem Silber nicht halt gespielt? Ist das was? Nee, das haben wir zu zweit gespielt. Das war dieses Spiel, wo ich so eine Tussi war mit Bogen und du so einen Krieger. Ach, ja, 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 ja. Auf so einen Fantasy-Game. Boah, Alter, es ist schon so viel passiert in der ganzen Zeit, in der wir schon Let's Plays machen und sowas. Und ich hab den Zauberer getötet. Sehr gut. Da oben sind Goodies. Ich hol die mir mal. Was haben wir denn hier noch? Zack. Ist auch geil. Man kann hier mit echt, mit sehr vielen unterschiedlichen, ähm, Figuren, ich bräuchte mal den Zauberer, bitte. Ja, warte, du kannst den Zauberer haben. Was, warte mal. Ich würde mir das gerne auf das Rollrädchen legen. Das Wechseln der Charaktere. Das Wechseln ist sehr gut, ne? So. So kann man nämlich hier oben entlang. Ich glaub, man muss auch hier oben entlang. Ah, hab mich beinah runtergefallen, weil ich gesehen hab, hab die Brille nicht auf. Aber nur beinahe. So, ich, ich hangel mich mal runter. Oh, scheiße. So. So, ich hab nur jetzt, wird's unangenehm. Eine kleine Kiste, eine Kiste. Oh, oh. Äh, warte. Ah, nee. Ach so, stimmt. So. Komm, unter mir drüber. Kann man sie. Unter mir durch. Mach den weg. Ah. Weg, 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 weg. Du stehst unter der Flamme. Du stirbst. Du bist gleich tot, Alter. Nimm dir doch die Bogenschützchen. Ach so, stimmt. Ja. Ist eine gute Idee. Aber mit der bin ich auch nicht viel geschickter. Oh nein. Ich könnte ja so machen. Oh nein. Ach so, ich war jetzt so auf Zauberer fixiert. Oh, warte mal. Was ist das hier? Wir müssen erst noch oben lang gucken, glaube ich, oder? Ja, aber ich gucke schon mal, was hier so ist. Nee. Warte mal. Nee, ich glaube, oben müssen wir sogar, ähm... Hm, nee. Hier kann ich nicht. Müssen wir sogar noch Dinge besorgen. Ach, warte mal. Wo hast du jetzt den Würfel hin? Ach so. Ich bin gerade gestorben. Dann stelle ich jetzt vor eins und so ein Ding davor. Ja, mach mal. So. Ich muss reden. Also der, der, der Ritter ist tot. Oh. So. Aber hier machen wir jetzt Jump and Run Skills, ne? Aber wirklich. Aber warte mal, da unten müssen wir aber trotzdem noch weiter. Aber da ist es noch nicht offen. Können wir denn hier nicht, äh, schon die... Aber ich hole mal gerade den anderen wieder. Tada. Oh. Scheiße, jetzt habe ich dich nämlich ausgesperrt aus dieser Sache, oder? Nee, noch bin ich ja hier drüben. Respektive mich selber. Ähm. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, soll ich da nochmal unten hingucken, oder nicht mehr? Gehen wir weiter einfach. Nee, guck doch mal da nochmal. Können wir nochmal gucken. Weil hier das, das irgendwie merkt man, dass man da nicht rein kann. Oh, 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 shit. Da gibt's da noch einen Goodie. Ich glaube nämlich, dass der, der Ritter, der hatte doch immer so einen Hammer. Oder erinnere ich mich da falsch? Ja, aber den kriegt man erst später. Wie, wie ging denn das nochmal? Irgendwo war doch hier so ein Menü, wo man dann, ähm, Ah, ja, ah, dieses Menü habe ich doch gesucht. Welches denn? Ähm, X, weil X drücken. Ach so, oh, skillen, ja, stimmt. Genau, weil ich habe jetzt hier, ähm, warte mal, ich könnte jetzt nicht genügend Fähigkeitspunkte für ein Upgrade. Dammit. Ach, du Scheiße, da sind ja richtig viele Sachen. Naja, da kann man nämlich noch richtig sich, äh, sich rumskillen. Und irgendwie müssen wir noch da reinkommen. So. Na gut. Ja, wir haben ja auch gerade erst angefangen. Ich glaube, das kommt später. Komm. Ich vermute, ich vermute auch mal, wir kommen von der anderen Seite da vielleicht irgendwo hin. Das könnte auch sein, ja, das stimmt. Dass wir da runtertauchen oder so, ne? Irgendwie sowas. Durchtauchen. Guck mal, hier, das Ding, äh, das könntest du mal wegbewegen, dann können wir die Brücke mal weg, äh... Welches denn? Ich glaube, diesen, den hier, den, ne, den hier. Guck mal, das Ding hier. Yes. Guck mal, guck mal. Jetzt kannst du nämlich die Brücke richtig, äh... Aber dahinter ist, tut sich auch nichts auf, ne? Da ist nix. Schade. Ich dachte. Ich dachte, mir wäre so. Ach, warte. Ah. Look at that. So. Murfington, Murfington, natürlich wird das andere Spiel auch noch gespielt. Das fügen wir auch gleich. Jetzt seid mal nicht so ungeduldig. Was ist denn los hier? Außerdem, du bist immer so, so böse. Sagst Helden, dabei meinst du nicht Helden. Die beiden Helden kriegen es nicht mehr hin. Die beiden Helden sind voll abgetaucht, sagt er, schreibt er. Na und? Ich weiß ja auch nicht, der ist so gehässigt. Ich glaube, ich muss den vom anderen Moderator, ich muss den einen Moderator vom anderen Moderator, ähm... So, jetzt müssen wir wieder zurück. Sag mal, was machst du da eigentlich? Ja, ich geh mal Heilung für uns alle holen. Ne, hab schon. Hast du schon? Ey, wer hat denn das hier so geil gestapelt? Ich weiß auch nicht. Du nicht, glaube ich. Ey, was soll denn das jetzt? Was soll... Was ist denn jetzt mit dieser Aggressivität hier? Voll er-diss, ja. So, ich warte auf dich. Ich kann dich vergessen. Fies an, das hat er schon versucht, äh, zu... Anders einzustellen, hat's aber nicht hingekriegt. Ich muss mir hier erst was bauen, weil... Also, es geht um Led Zeppelin im, im Chat. Ist ja auch gut. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Fand ich früher geil. Kommst du, oder wie ist das hier? Ne, ich bin doch gestorben, schnell. Okay. Die sind einfach beide die Helden vom Dingens. Vom Dingens. Oh, ich hab da rum... Die Helden vom Trine. Ich weiß gar nicht, ob das Heroes heißt. Ich glaub noch nicht. Wir sind erstmal nur die Party von den... Vom Trine. Soweit kann ich das sehen. Was machst du da eigentlich? Wieso braucht das... Da ist noch ein Goodie. Braucht das so lang. Da ist noch ein Goodie. Wo ist ein Goodie? Da... Ach, scheiße, da kommen wir nicht lang. Da oben. Oh, scheiße. Da oben drin ist noch eins. Aber ich weiß nicht, wie wir das da rauskriegen. Wo ist da eins drin, ja. Machen wir ja hier mal eine Kiste hin. So, hier, guck, so. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Einfach kaputt gehauen, Alter. Aggression. Oh, bin ich ja in den... Des... Des... Todes. Ja, des Todes bist du gleich. Das ist eine gute Idee, Alter. Ja. So, jetzt kommt noch ein Goodie. Mach ich extra für dich, weil du die Lady bist, weißt du? Bist du tot? Nee, nee. Nicht, oder was? Nee. Aha. Wo bist du denn? Ich hol mir noch grad den Scooby, was hier liegt. So, Leben... Lebenstrank, nämlich. Aua. Uuuh. Aua, aua, aua. So. Da brauchen wir den Zauberer. Nimm dir den Zauberer. Hab ich schon. No. Das macht echt Spaß dieses Spiel. So. Hä, was ist denn hier auf der Seite eigentlich? Das ist nicht das, was wir in den Zauberer sind. Vielleicht, ich überlege grad, ob ich dieses Let's Play nicht einfach als Let's Play auf YouTube raushau, weißt du? Das koppel ich aus. Und mach da eine richtige... Eine richtige eigene Playlist, äh, ooooh. Eine YouTube-Playlist draus. Was hältst du davon? Ja, das könnte man meiner machen, wa? Ach, jetzt komm schon! Was ist denn hier los? So, mein erstes Letzt Play mit Facecam. Ach so, hier muss man was runterprügeln. So, das ist ein typischer Speyer. Hm? Ja? Au, 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 guck mal hier! Ach, der Rumpel, der... Ach so, ich konnte nicht hin... Erfahrung ist immer für beide. So, ich glaub, wir müssen hier weiter, ne? Ich weiß nicht, hier unten würde ich jetzt... Ja, weil ich auch jetzt denke. Ich hör schon wieder Skelette, glaub ich. Ach so, ja, stimmt. Boah, die langen aber ganz schön, die Typen. Warte, auf denen da oben war ich noch weg. Oh, ich hab' meinen Raufschuld. Wenn ich treffe, dann sind die richtig gut. Yes. Warte mal, hast du schon auf der anderen Seite geguckt? Hier? Nee, ne? Nee, ne? Hier ist nämlich ne Schatztruhe, alterne Schatztruhe. Wo? Bist du runtergegangen und wohin? Runter? Oder nach links? Nee, diese... Diese Räder. Ah ja. Halskette des Lebens haben wir gefunden. Also hier waren wir schon, ne? Das stimmt. Die Stimmen von den Leuten sieht an dir sehr gut aus. Es ist abgemacht. Hauptmann Bier. Würde das nicht billig. Nee, das ist doch was ganz anderes. Spracheinstellung? Jihih. Audiosprache Deutsch. Vor allem die Controls sind gut. Es ist ja mal ne Frage bei Spielen, die... Wie ASD oder wat? Die Controls müssen einfach gut sein. Dann ist das Spiel auch gut. Wie ASD? Nee, die sind responsiv. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie gegen... Weiß ich nicht. Gegen die Controls ankämpfen muss. Hat man ja manchmal bei Spielen. Ja, das stimmt. So, eigentlich brauche ich keinen Mana, aber egal. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin aber gerade hier... Die haben die Goodies eingesammelt. Zack. Ach so, kann man... Ach so, was? Oh, dammit. Ich bin tot. Juhu. Oh nein. Nun liegt es an mir. Das wird nicht einfach hier. Doch, ich habe uns wieder geholt. Wenn auch mit kleinen Verlusten. Das ist gut gewesen, dass du uns wieder geholt hast. So, hier. Du, kannst du rauf? Ja, bin schon drauf. Uh, jetzt muss ich nochmal raus. Aber hier ist aber hinter... Hinter ist auch noch ein bisschen was. Hier, guck mal da. Ja, aber da kommt... Ach so, stimmt. Da war noch ein Goodie, Goodie, Goodie. Wir brauchen nämlich nur noch ein Goodie. Und dann können wir leveln. Was machst du denn da, Alder? Ach so, ja. Der hält die. Nein! So, warte. Ja, ja, ja. Es tut. Ja, ja, ja. Jetzt macht es auch richtig. So, jetzt kannst du. So, ich glaube mal hier lang erst. Hol das Goodie. So, jetzt können wir leveln. Wer levelt denn was? Wer levelt was? Also, Levelaufstieg. Da steht Levelaufstieg. Ja. So, wer levelt was ist die Frage. Ja, warte mal. X. Soll ich die Bogenschütze und du den Hau drauf oder andersrum? Den Hau drauf will ich gar nicht so gerne leveln. Ich will entweder einen Zauberer oder die Dieben leveln. Dann level ich den Hau drauf jetzt erstmal. Echt? Ja, warum nicht? Warum? Ja, warum denn? Weil der eigentlich auch gut ist. So, Flammenschwert habe ich nämlich jetzt. Da seht euch das an. Guckt euch das an. Wie war denn das jetzt nochmal? Das muss man auch irgendwie auslösen, ne? Das müssen wir nochmal rausfinden. Was kann man rausfinden? Das Wechseln von den Waffen ging auch irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr wie. Weißt das eigentlich jemand? Gibt das Scrollrädchen? Nee, natürlich nicht, aber ähm. Nee. Ja, FT, wo ist ja irgendwas. Aber wir haben doch bis jetzt nur eine Waffe, oder? Nee, ich habe schon eine zweite jetzt. Ich habe jetzt ja den... So, ich habe zwei Pfeile gelevelt jetzt. Zwei Pfeile auf einmal. Ja. Irgendwie muss das gehen, aber das gucke ich dann nochmal in den Controls nach. Und äh, genau. So, sollen wir denn jetzt irgendwie... Wir müssen ja mal zum Ende kommen auch, oder? Müssen wir. Stimmt, ne? Du wolltest doch noch was anderes spielen. Ja, wollte ich. Oh, krass. Mach ein bisschen länger heute. So, ich rette dich. Meine Holte Maid. Dankeschön. Du bist ja heimlich für mich verknallt, ne? So, hier, guck mal, da ist ein Speicherpunkt, da können wir stoppen. Was hältst du? Einhalten. Einhalten und das andere Spiel spielen. Ich werde mal das Spiel speichern. Kannst du das speichern? Gespeichert, ja. Ich habe gespeichert. Wir gehen zurück zur Moderation. Immer schön lächeln bei der Moderation, nicht wahr? Ja. 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 Vielen Dank.